Ich habe die Ausbildung zum KMU Finanzexperten abgeschlossen. Für mich war die Ausbildung absolut die beste, die ich bis jetzt gemacht habe. Mir war wichtig, dass ich eine Ausbildung machen kann, die wirklich aktuelle Themen aus der Praxis aufzeigt, die ich im Alltag anwenden kann. Das war mit diesem Lehrgang perfekt. Diese Ausbildung konnte ich sehr erfolgreich abschliessen. Dabei hat mir geholfen, dass ich auch den aktuellen Praxisfall, also Kundenfall, bei der Diplomarbeit anwenden konnte. Das hat mich umso mehr motiviert. Es hilft aber auch enorm, wenn man sich wirklich genug Zeit einplanen für die Diplomarbeit. Das braucht schon ein paar Stunden. Für uns Finanzberater ist es aber wichtig, dass wir nicht stehen bleiben, laufend uns weiterbildet, weil die ganze Finanzberatung ist sehr schnelllebig geworden. Das hilft sicher auch, dass man nicht als Einzelmaske unterwegs ist, sondern auch ein Team hat, das einem da mithilft und natürlich auch das Erlernte im Alltag anwenden kann. Weil ich bin der feste Überzeugung, die individuelle Beratung wird umso wichtiger werden. Und darum glaube ich nicht, dass wir irgendwann durch einen Roboter ersetzt werden. Das Fahne ist einer der Siegräge. Ja, das ist ein Auto. Ich glaube, das ist ein Auto. Das ist ein Auto.